Digga, du isst jetzt die Fleischwurst, an der lutschst du jetzt einfach? Ja normal, hä? Die ist mega lecker! Digga, du hast dich gepellt und dir auf so ne Gabel draufgemacht, Digga, das ist so wienerlich! Ja, machst du das nicht? Voll geil, probier das mal! Bro, nein! Das haben wir in Brandenburg immer gemacht, Bro. Das ist mega lecker! Da ist ein totes Tier auf der Gabel und du leckst es ab! Juckt? Wär eh gestorben, das ist scheiß wie... Das sieht echt so aus, das sieht so schlimm aus! Klippet und schippelt! Das sieht aus wie so ne Schackwurst, Alter! Stell dir vor, ich drehe mir so ne Weißwurst ein und leck die dann so am Stiel, Digga, Bro! Digga! Du müsst jetzt noch so ne Haut von so ne echte Wurst daneben legen, so das... Wow, ein Fleischzwerg, mmmm, lecker! Krass! Ist das komisch, macht ihr das nicht?